So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen. Der Kalle für euch am Mikrofon. Ich komme hier gar nicht zur Ansage machen. Hier waren wir stehen geblieben in der letzten Folge. Danach hatte ich einen Cut gemacht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier... Dass wir hier weiterkommen. Gott. Komm rüber da. Alter. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Hallo, was machst du denn? Shit, Alter. Wir stehen hier überall hin. Alter, sind die doch ganz richtig. Zieh ich denn hin? Oh, mein Gott. Die Folge fängt wieder so an, wie sie immer anfangen bei mir. Erstmal sterben. Gut. Den haben wir. Da oben steht der andere Kasper. Kriegen wir den so? Ja. Boah. Gut. Ich sehe ihn doch. Jetzt kommt der Kasper da oben wieder. Gott. Scheiße. Nate, der Aufzug steckt wieder fest. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Oh Gott. Wo ist denn da noch einer? Hey, spring zu den Klippen. Die Position ist besser. Spring zu den Klippen. Na, du bist witzig. Ja. Oh, Alter. Ich muss da rüber. Gut. Sehr gut. Ja. Alter. Was ist denn? Oh, shit. Ja, den Jungs weggefetzt. Der Jungs weggefetzt, ey. Nein. Alter. Komm her, da. Komm her. Und dann noch einer. Alter, ich sehe hier keinen Menschen mehr. Du, komm. Das ist ja ein leichtes Ziel. Heilung. Wo ist weiter, Nate? Genau, weiter. Oh, die ist gut. So, wo muss ich denn hin? Kein Plan, wo ich hin muss. Obwohl, ich glaube, die ist noch besser. Wo schießen die denn? Da oben. Verdammte Hacke. Wie komme ich denn da hoch? Ich bin total falsch gelaufen. Nein. Ah, ja. Oh Gott. Da hoch. Geht's da weiter? Nee, geht's nicht weiter. So ein Mist. Da geht's hoch. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Tja, definitiv. Verdient. Okay, ich fahre weiter. Ich habe mir überlegt. Diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was für Schiff? Das haben wir uns auch gefragt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wow, was eine Aussicht. Alter, was eine Aussicht, ey. So, kurzer Screenshot. Weiter geht's. Ah, geht's da. Da ist der Aufzug. Aha. Ja, wir müssen durch die Strom schnellen. Gibt's im Auto Rettungswesten? Ja, wir probieren's einfach mal. Vollgas und durch. Ah, ne. Geht nicht. Natürlich. Der Kerl hat wieder... Sind wir da hochgekommen? Ist schon schief. Ja, wir müssen da hochfahren. Keine Chance. Irgendwie bin ich zu schnell. Nee, deswegen fahren wir ja außen rum. Wir müssen da rüber, ne? Moment. Wow, 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 wow. So. Ich hab die Kontrolle wieder. Wir sind weiter. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da. Fahren wir durchs Schleusentor. Genau, wir fahren durchs Schleusentor. Was denn sonst? Ich glaube, da kommen wir nicht durch, ne? Au. Ja, super. Kommen wir da irgendwie hoch? Ne, ne? Ach, das ist doch wieder ganz fantastisch. Hm. Ich sehe das voll gern, wie der da lenkt, ey. Das ist voll geil. So. Von da sind wir gekommen, richtig? Ah, da geht es auch nicht weiter. Fahren wir durchs Schleusentor. Ja, wie denn? Da oben komme ich nicht runter. Da sind die Stromschnellen. Ah, da ist aber ne. Moment mal. Das Ding kann ich momentan grad nicht nutzen. Ja. So kann man natürlich auch einsteigen. Warum denn nicht? Da oben ist aber ne. Ah, ne, das ist das Teil der. Shit. Na, da komme ich auch nicht hoch. Nate, sieh mal. Da kannst du das Seil einhängen. Wo denn? Ah, ich muss an die Kurbel. Ah, der Kalle wieder. Ach, da drüben? Okay. Ah. Da kann ich das Seil einhängen, oder was? Aber nicht das. Ach, ich teile es aber runter vor. Verwenden Sie das Seil, um die Schleuse, um die Kurbel der Schleusentore zu erreichen. Ja. Wo sind denn die Schleusentore, Kurbel? Ja. Moment, hier hänge ich jetzt rum? Hör mal auf, so rumzuschwingen. Mensch. Da rüber vielleicht. Wollen wir mich da rüber? Ja, da komme ich hoch. In Ordnung. So, da rüber. Ah. Ah. Mal los. Einmal aufdrehen, bitte. Nein, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Was denn für ein anderer? Da drüben ist auch Nummer eins. Natürlich. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Puh. Oh, 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 oh. Das hätte man haben können. Okay, das ging erstaunlich einfach. Hinter Tür Nummer zwei. Da sollte es doch gehen. Das hier scheint zu gehen. Ja, ich weiß. Zack. Alles gut. So, jetzt kurven wir hier oben rum. Mal gucken, wo wir hinkommen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Mal gucken, wo wir hier hochfahren. Wie kommen wir da rüber? Auch das ist wieder eine gute Frage. Wenn ich hier ordentlich Gas gebe, schaffe ich das? Nee, natürlich nicht. Das war knapp. Fast knapp. Wir müssen schneller sein. Ja. Okay, der Ansatz scheint ja schon mal richtig zu sein. Kommt ich denn hier oben? Ja. Aha. Gut. Und jetzt Vollgas. Überall brabbel, Alter. Ja, da muss ich weiter. Was so ein Jeep alles kann, das ist der nackte Wahnsinn. Ah ja, okay. Hier kommen wir nicht weiter. Und wir sind oben. Sehr gut. So, mitten im Dschungel mit einem Jeep rumkurven ist auch was Geiles. Okay, da geht's nicht weiter. Alter, die Kiste müsste schon total Schrott sein, ey. Nee, da geht's gar nicht weiter. Boah, da kriegst du einen Drehwurm, ey. Okay, wir fahren erst mal hier weiter. Wir haben gestiegen die Chance, dass der Aufzug geht. Ah, bis jetzt waren es zwei von zwei. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft ein gutes Zeichen. Ja. Hey, kannst du mir helfen? Ja. Genau, hol mal den Wagen. Eine Maschine, der Drake. Eine Maschine, Alter. Ah, ist das schön. So. Sag bloß, das Ding funktioniert. Okay, wenn das mal gut geht. Tatsächlich, es funktioniert, aber da kommt doch irgendwas. Drei von drei. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Boah, hier, das sieht aus wie ein Hai da drüben, ne? Wie krass. Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelamte. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Ja, so sind sie, die Frauen. Komm, genug darum gechillt. Hier. Los, hilf mir mal. Ja, ich bin dabei. Ach, hier. Klar. Weißt du, selbst wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, dich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Ich... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Na, dann rein in die Kiste. Genug rumdiskutiert. Naja, hoffen wir es mal. Jetzt guckt euch das an. Das sieht einfach nur geil aus, ey. So. Ja, die Musik ist auch cool im Hintergrund hier, ne? Aber das ist ja dann wieder die Sache, da weiß man ja nie, ob die Gamer dann nicht was dagegen hat, wenn die Musik im Hintergrund läuft. Aber es ist cool gemacht. Sehr geil. Hm. Es ist halt wirklich schon abartig cool, wenn es so eine Film-Edition schon fasst. Das ist richtig geil. So. Ah, da oben steht ein Pirat. Wir sind hier, Sully. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Schorlein-Fahrzeuge sind unterwegs nach Nauden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme. Aber soweit, so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Over und out, Freunde. So. Das gibt's doch nicht, dass die Piraten so ein Ding so gut verstecken, ne? Oh. Ah, wieder rein in die Pampa. Jawoll. Ja. Und die Karre macht, Möglichkeit nicht kaputt machen. Ach, da ist die Brücke. War ich doch richtig? Boah, die Scheibe komplett vermarscht. Da sieht doch kein Mensch mehr was. Oh, oh. Shit. Ich kann nicht. Die Strömung ist zu stark. Shit, 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 shit. Und jetzt? Oh, Alter. Na, das war doch wieder klar jetzt. Oh, oh. 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 Ey, ich merke's schon. Ja. Und da machen wir den Abgang. Meine Herren, ey. Das ist ja immer... Okay. Ist okay. Der Baum ist nicht okay. Komm schon. Ja, ich komm ja, ich komm ja. Hab dich. Boah. So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich hab den Schwur gebrochen. Ich hab nichts gesagt, weil ich... Ich hatte Angst. Angst vor vor. Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte... ...mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier nach. Ha, Diskussion im Dschungel. Wer mag das nicht. So, also dann weiter zu Fuß. Zumindest sind wir auf der richtigen Flussseite. So. Ja. Das wäre übel gewesen. Gute Idee. Gute Idee. Wie kommen wir da hoch? Na, ich vermute es so. Oha. Oder auch nicht. Na, hauzen voll auf den Appel, ey. Ah ja, klar. Die Olle steht schon wieder da oben. Ah, die weiß, wo es lang geht, ne? Okay. Okay. So, dann da hoch. Und jetzt? Komm. Zeig mir den Weg. Herrlich. Schöne Inseln ausgesucht. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja. Vielleicht. Und du? Ah, ich hätte vielleicht da rüber gemusst, ne? Ja. Oh, es war ja klar, dass ich dann so nie mehr rüberkomme. Nein. Nein. Aber keinen Stress. So, dann geht's hier hoch. So. Wo war die Olle jetzt? Da drüben war sie. So. Wie kommen wir denn hier jetzt weiter? Da vielleicht. Ja. Hier hoch. Oh. Oh. Ja. Da sieht's gut aus. Da hangeln wir uns mal entlang. So. Komm lang hin. Oh, ein Vogel. Komm, geh hoch da. So. Das sieht doch gut aus. Ja. Jetzt hier hoch. Und was haben wir denn da? Ein Piratenkrab. Wow. 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 Also den Kleidern nach sind das... Vielleicht gab es einen Kampf? Nein. Das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massentrag nicht. Ja, man hat's noch nicht mal fallen. Hallo. Buddelt. Oh. Was? Sieh dir das Schild an. Verhält er. Einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu stärken. Hier ist noch einer. Definitiv. Da hängt noch einer rum. Da ist ein Käfig abgestützt. Ich tue ja mal da hoch. Hm. Moment, wenn ich hier rübergehe... Sorry, Peter. Nicht böse gemeint. Haha. Mehr Geiden. Ja. Überall hängen die Dinger hier rum. Hm. 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 Wow. Aber die es bei der Witterung so lange überlebt haben, ne? Die müssten normalerweise gar nichts mehr da sein von den Jungs. Oh. Mein Gott. Oh. Keine Rebellion hat es noch nie. Oh, shit. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Haben Sie alle umzube... Nein. Sie hat zu loben der Raum ein Tod hier, um ihnen da alles wegzunehmen, was sie haben. Hm. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Hm. Krasser Scheiß. Okay. Dann schauen wir uns mal weiter um.